Nice! Hier, gute Wahl! Patrouille! Und? Ich glaube, wie sieht es gesund aus. Ist ein guter Mix. Naja, was die Levels angeht. Wie die Menschen spielen an, kommt noch nicht nach. Das ist ja echt toll. Ist es schlimm, oder? Nix! Digga, wenn du mit niemandem redest, mach dein Mikrofon aus! Wie ein braver, kleiner Huhn. Das holt mich mal wieder. Okay, von wo holt ich an, Giagat? Von wo? Ich kann nicht zu leiden. Ich weiß halt, wie schnell jemand melden kann. Sie haben die Patrouillenzone! Bombe im Anflug! Ausschwärmen! Hm? Da gehe ich nicht, ich mache nichts mehr. Okay, alles brennt. Gut. Okay, hier ist Bombe. Aufklärungsflugzeug ist erreicht! Vollendet ihr uns! Urbrunst dich! Aufklärungsflugzeug rast über dem Schlafherrern! Der Feind hat die Patrouillenzone! Da geh ich nicht hin, nein! Oh, der Pinder, muss gooo! Die Kampfhunde angefordert, sind unterwegs! Luftdruck, D-Punkt aktiv, Augen auf! Kuckuck! Die D-W ist besser! Die D-W ist besser! Oh mein Gott! Ich bin der Beste in der Welt! Ich schwöre, ich bin der Beste in der Welt! Könnt ihr den Nuke droppen? Ich könnte. Weiß ich aber nicht so. Ich bin der Nuke gedroppt, aber die Lobby hat so toll gelegt, Mann! Das wäre eine Nuke! Aber, Digga, wie toll die Lobby gerade gelegt hat, Digga! Fuck! Oh Mann, die Lobby hat so toll gelegt, Mann! Wieso muss genau, wenn ich fast genug gedroppt habe, wieso muss man die Lobby lag? Ich bin nicht sauer! Ist nicht sauer! Ist nicht wirklich sauer! ich bekomme ich kein kill man kann dort stehen Ah, ich werde einen Nuke. Was ist passiert? Okay, nicht wenn die Dobby so kackt ist. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das, was ich? Meine Team ist nur hier. Egal, ich... Wieso bin ich nach dem? Vorratsverschienen auf dem Weg zu euch. Oh mein Gott. Das ist wirklich. Das sind wir hier noch besser. Ja. Ja. Wie geht es? Oh! Oh. Oh, shit. Das ist nicht schön. In that convenient! Wir sind angeschlagen, aber nicht raus! Oh mein Gott, wieso Cam dann? Ich habe noch einen Nucken! Wieso zitter ich noch? Jungen, mach mich stupid! Gott hab ich gehört Timo! Verdammt! damit ist gut aber wie menschen diese märz dort im händler zu sein ist noten taktik ich habe die letzten drei minuten nicht ein kill gemacht weil jeder wäre ein bastard so ein spiel ich habe ich hatte drei versuche ich habe eine nuke geschafft wenn ich noch andere zwei mit der pbsh jetzt ja nicht fertig schau ich schau schau